Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Wir zeigen euch in dieser Reihe die einzelnen Level von Super Mario Bros. Wanda, einschließlich aller Wanda-Effekte und geheimen Ausgänge. Heute haben wir für euch die Königssamen-Villa der dritten Welt der Güldenfälle. Und zusätzlich zeigen wir euch, wie ihr den geheimen Ausgang in dieser Welt finden könnt. Schaut euch das Video in Ruhe an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ich glaube an dich. Schaut euch das Video in Ruhe an. Schaut euch das Video in Ruhe an. Schaut euch das Video in Ruhe an. Das war's für heute. Wohoo! Woaaroo! Woaaroo! Woara! I like it. I want to keep her back because of five. I'm not going to leave a room because I want to prepare a room like this. You want to go? Who are they? Oh, yeah! Oh, voilà! Oh! Karolo! Und weg ist er. Wo könnte er nur sein? Und weg ist. Die Hände in Ordnung. Ja! Wasp? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Untertitelung des ZDF, 2020